Manche Leute bleiben dann der Depp, manche Leute versuchen aber auch, sich dagegen aufzukehren und zu sagen, also das passiert mir jetzt nicht nochmal wieder und versuchen dann Mittel zu finden, mit denen sie sich besser durchsetzen. Und versuchen dann Mittel zu finden, mit denen sie sich besser durchsetzen. Und versuchen dann Mittel zu finden, mit denen sie sich besser durchsetzen können. Und versuchen dann Mittel zu finden, mit denen sie sich besser durchsetzen können. Manche Leute bleiben dann der Depp, manche Leute versuchen aber auch, sich dagegen aufzukehren. Und damit etwas passiert mir jetzt nicht nochmal wieder und versuchen dann Mittel zu finden, mit denen sie sich besser durchsetzen können. Bis zum nächsten Mal.